Angeblich bereitet die Alternative für Deutschland im Landesverband in Sachsen bereits Ministerposten und Ausbildungen für eben diese Fähigkeiten vor. Wir gucken uns die Situation an, denn die Wahlumfragen sehen aktuell sehr, sehr stark aus für die Partei, sodass sie tatsächlich an die alleinige Macht kommen könnte. Was das jetzt für negative Folgen angeblich hat, besprechen wir ebenfalls. Moin zusammen, wir gucken uns die Situation gemeinsam an. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Mein Name ist Olli. Und wir gehen hier rein, wir sehen das einmal in einem Bildartikel, wird darüber berichtet. Denen sind so ein paar Informationen zugespielt worden, wie auch das Kabinett in Sachsen aussehen könnte, wenn tatsächlich die Alternative für Deutschland die stärkste Kraft werden sollte. Und dann sehen wir das Ganze hier. Interne geheime Pläne aufgetaucht. AfD bereitet erste Machtübernahme im Osten vor. Und da sieht man es wieder, was hier für ein Wording natürlich direkt wieder betrieben wird. Das ist schon der absolute Knaller. Aber man muss das Ganze realistisch sehen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternative für Deutschland dort die stärkste Partei und ohne Koalition das Ganze realisieren wird, ist relativ hoch. Denn wenn wir uns aktuelle Umfragen angucken, das ist der Durchschnitt der letzten drei Wahlumfragen, die gemacht wurde vom 25. Januar. Sehen wir, dass die AfD ganz klar auf Platz 1 mit 34 Prozent ist. Dann sehen wir die CDU mit 30,9 Prozent dicht auf den Fersen. Aber weit abgeschlagen sind alle anderen Parteien einstellig. Ausnahmslos. Dann sehen wir, dass die Grünen hier 7 Prozent haben, die SPD 7 Prozent, die BSW kommt hier in einer neuen Umfrage auf 6,2 Prozent und die Linke 5,7 Prozent. Freie Wähler, genauso wie auch FDP, wären irrelevant, würden die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen und dementsprechend rausfliegen. Ganz interessant ist, wenn die ein oder andere weitere Partei hier rausfliegen würde, könnte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass, weil ihr müsst das ja immer bedenken, du kannst jetzt nicht sagen, ja die haben jetzt 34 Prozent. So, dann haben die auch 34 Prozent der Sitze. Man muss ja diese ganzen Parteien, die keine 5 Prozent haben, rausrechnen. Und ein Programmierer ist gerade jetzt an der Stelle hier auch dran, wo ich ordentlich Geld für hinlege, dass nämlich auf meiner Webseite, oli.net, ein sogenannter Koalitionsrechner kommt, wo man genau solche Szenarien durchspielen kann, weil so einen gibt es im Netz meines Wissens noch nicht. Man muss ja hingehen und das Ganze dann auf die 120 Sitze verteilen. Diese Prozente, sprich das hier bis hierhin, muss verteilt werden auf 120 Sitze. Und dann, je nachdem, wenn die ein oder andere Partei noch rausfliegen sollte und die 5-Prozent-Hürde nicht schafft, ist es realistisch, dass mit 40 Prozent auf 120 Sitze gerechnet, schon das ein oder andere Machtverschieben dort kommt und die AfD an die Macht kommen könnte. Ein ganz, ganz spannendes Ding wird das dieses Jahr besonders in Sachsen im Freistaat. Wenn das dann so kommt, gibt es jetzt hier von Jörg Urban, das ist der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen, bereits Vorschläge und so ein internes Dokument, sagt man, so interne Gedanken darüber, wer denn dort derjenige werden könnte, für welches Amt. Und das gucken wir uns gemeinsam an. Also, wir sehen hier einmal Jörg Urban, der ist aber selber, zwar als Landesvorsitzender, noch nicht mal so hundertprozentig gesetzt, dass er denn auch der Ministerpräsident werden würde. Warum? Weil ja, ich habe ein Video vor einigen Wochen darüber gemacht, unter anderem nämlich der Tino Chrupalla ebenfalls gehandelt wird als erster Ministerpräsident, falls es denn so kommen sollte. Es wurde zwar von ihm Anfang des Jahres abgestritten, darin hat man, oder darüber hat man in der Partei intern aber nur gelacht, dass man das nicht glaubt, sondern dass man glaubt, dass er das wollen würde. Ich bin mal gespannt. Es wäre aber einiges interessant, weil dann würde er ja auch indirekt den Platz freimachen für die Bundestagswahl für den Kanzlerkandidaten. Das wäre dann klar Dr. Alice Weidel. Aber gut, das ist einmal der Jörg Urban. Dann haben wir als Nächsten hier den Dr. Joachim Michael Keiler von der AfD. Da würde nämlich der Justizminister in Sachsen werden. Und dann sieht man, ja, das würde halt passen. Warum? Denn man hat was in dem Bereich gemacht. Der hat Studium an der LMU in München gemacht, Rechts- und Staatswissenschaften, von der Zeit zweites Stagseexamen, Promotion und hat dementsprechend ordentlich was auf dem Kerbholz. Also den könnte man sich logischerweise vorstellen. Der hat ein abgeschlossenes Studium und dieses Studium ist auch noch in dem Bereich, wo das Ministerium angesiedelt ist. Das würde halt Sinn machen. Dann haben wir eine ganz, ganz interessante Idee für die Position des Innenministers. Sebastian Wippel wäre das. Das ist ein Polizeivollzugsbeamter. Das heißt, hier auf Zeit war er ein Semester BWL studiert, ohne Abschluss muss man dazu sagen. Dann hat er hier Studium Verwaltungswissenschaften und Dienst als Polizeikommissar in Niedersachsen verbracht und ist seit 2012 im Polizeidienst in Sachsen. Also jemand, wo man wirklich sagen kann, der war auf der Straße. Der kennt sich mit Polizei aus. Also das, was dann halt auch in Sachsen von ihm geleitet wird. Wäre ganz interessant, so einen Innenminister mal zu sehen. Das Finanzministerium wiederum würde von, zack, da haben wir ihn, André Barth geführt. Juristischer Assessor, heißt es hier. Stellwerksmeister Dresden Hauptbahnhof, Studium der Rechtswissenschaften an der TU Dresden, Wehrdienst, Referendariat, Landgericht Dresden, Rechtsanwalt für Bank, Kapitalmarktrecht, Miet- und Wohneigentumsrecht. Also wieder jemand, der sich rechtlich auskennt und dann auch noch im Kapitalmarkt. Ja, Bösezungen würden sagen, das ist jetzt komplett überqualifiziert. Man weiß es nicht. Kultusminister würde der Dr. Rolf Weigand werden. Hier seines Zeichens promovierter Ingenieur und Geschäftsführer. Mit diesem Lebenslauf hier Geschäftsführer und selbstständig seit 2014. Fernstudium an der Universität Jena, Abschluss als Patentingenieur. Was ganz Interessantes. Und last but not least haben wir dann auch noch hier den André Wendt, Berufssoldat, IT-System und Netzwerkadministrator, als Landtagspräsident vorgesehen. Das sind natürlich alles erstmal nur Gedankenspiele, die angeblich intern der Partei jetzt gerade aktuell so am Ablaufen sind. Aber man muss sich ja auf solch ein Szenario vorbereiten, dass es tatsächlich dazu kommen könnte. Und dementsprechend, was machen sie weiterhin noch? Und das muss man ja sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nämlich hier ein Pool, das waren jetzt nur die Ministerposten. Dazu gehören ja Staatssekretäre und so weiter, ganz viele Posten. Dass bis zu 150 Leute aktuell auch auf Schulungen in den kommenden Wochen, Monaten vorbereitet werden sollen auf Aufgaben in der Landesverwaltung. Jetzt überlegt euch das doch mal. Habt ihr jemals davon gehört, dass die anderen Parteien ihre Kandidaten vorbereitet haben mit Schulungen, mit zusätzlichen Seminaren und Veranstaltungen, allem drum und dran, um so eine gute Regierungsform bereitzustellen? Also ich habe das nicht mitbekommen. Im Gegenteil, man sieht ja, was da heute aktuell draus geworden ist. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und ich halte euch im Laufenden. Deswegen schreibt jetzt mal unten in die Kommentare rein. Ist das rückständig, Leute, die in einem gewissen Ressort Ahnung haben, auch für dieses einzusetzen oder findet ihr das gut? Und dementsprechend jetzt an der Stelle noch ein Hinweis. Hier auf Freedom24, da gibt es nämlich eine Zinserhöhung. Das heißt, wenn ihr Geld bei Freedom24 auf euer Konto legt, bekommt ihr nämlich einen ordentlichen Zins. Das sehen wir nämlich hier. Einmal beim Festgeld bis zu 6,43% pro Jahr in Euro. Oder wenn ihr das Geld in Dollar anlegt, könnt ihr einfach swappen, einfach switchen. 8,78% pro Jahr. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze über ein Tagesgeldkonto zu machen, was ebenfalls sehr attraktiv ist, mit 5,3% in Dollar und 3,9% pro Jahr in Euro. Bereits ab 150 Euro eingezahlt. Und das Geile ist, nicht wie bei manch anderen Banken, ihr habt keinen Maximalanlagebetrag. Das heißt, auch wenn ihr 20.000, 50.000 oder sogar 200.000 oder noch mehr Euro anlegt, wird das mit diesem Zinssatz verzinst. Und dementsprechend, wenn ihr nämlich meine Projekte und mich hier unterstützen möchtet, macht ihr das, indem ihr euch hier kostenfrei bei Freedom24 beispielsweise anmeldet. So zum Beispiel das Projekt, was ich gerade mit diesem Koalitionsrechner verfolge, was nicht günstig ist, weil es programmiert werden muss. Eine 1 zu 1 Anwendung, die extra für meine Webseite, für uns hier entwickelt wird. Ja, und jetzt muss man natürlich nochmal über die Situation sprechen. Es besteht natürlich noch das Szenario, dass es nicht ausreichen wird für die Alternative an Stimmen. Und es könnte natürlich sein, dass die Brandmauer nach links von der CDU gebrochen wird. Denn da bekommt man ja schon die ersten Sachen so in den letzten Wochen immer und immer wieder häufiger mit, dass hier eine Öffnung zu Linken nach den Wahlen dann kommen soll. Natürlich nicht vor den Wahlen, denn dann würde ja der ein oder andere betagte CDU-Wähler sagen, ja, nee, Moment, die will ich aber nicht haben, die Linke. Da würde ich jetzt aber nicht die CDU wählen. Aber glaubt mir, auch hier wird die CDU wieder mal ihre Wähler verraten und genauso ein FDP-Verhalten an den Tag legen, wie die FDP es gemeinsam mit den Grünen gemacht hat. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dass das Ganze mittlerweile ja beispielsweise auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, dass man doch auf Landesebene die Brandmauer einreißen sollte, das sollte kein Geheimnis mehr sein. Und deswegen muss man die CDU-Wähler darauf hinweisen, wie ich finde. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Hat die AfD wirklich die Möglichkeit, die stärkste alleinige Kraft in Sachsen zu werden? Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.